So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Donnerstag, der 13. Juli 2023 und wir wollen uns heute natürlich einen Blick gönnen auf die gestern veröffentlichten US-Inflationszahlen, die kühl als erwartet reingekommen sind. Ich hatte ein Szenario skizziert gehabt, wo ich eigentlich einen heißeren Print erwartet hätte. Der heißere Print, der ist es nicht geworden, es ist der kühlere Print geworden, unter der Erwartung von 3,1%. Und wir haben einen bullischen Breakout zu sehen bekommen, sowohl im Nasdaq als auch im S&P. Die wirkliche Price Action, die wirkliche Bullishness, die hat sich allerdings dann wohl bei Gold gezeigt, wie auch hier schon in den letzten Tagen skizziert, mit einem Print, der dann offensichtlich es unwahrscheinlicher werden lässt, dass die Fed bis in den Jahreschluss hinein noch zwei weitere Male den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Das hatte der Markt sowieso schon nicht erwartet, das hat sich zumindest im FedWatch Tool gezeigt. Und diese Spekulation, interessanterweise, hat jetzt nicht groß abgenommen. Also groß hat sich eigentlich in der Erwartungshaltung seitens des Marktes wenig verschoben. Aber nichtsdestotrotz, die Price Action spricht eine relativ deutliche Sprache. Ich glaube, Bären haben derzeit wenig Freude. Und vor allem sollte man auch sehr vorsichtig sein, in das aktuelle bullische Momentum sich Short zu positionieren. Ganz besonders im Hinblick auf Gold. Ich glaube, da ist der Weg bereitet jetzt Richtung 2000 Dollar. Aber auch im Hinblick auf Equities, die Sommermonate, niedrige Volatilität, tendenziell eher auf der Oberseite weiter driften könnten, driften dürften. Der S&P nach oben noch ein bisschen Platz, also rein charttechnisch betrachtet jedenfalls in Richtung ungefähr der März 2022er-Hochs. Im Falle des Nasdaq haben wir diese Bewegung schon größtenteils gesehen. Mal gucken, was die Earnings Season dann ab kommender Woche liefert. Ob wir da vielleicht sogar in Richtung Allzeithochs laufen. Und auf jeden Fall, also spannende Entwicklungen, die wir derzeit zu sehen bekommen, die auch vielleicht den ein oder anderen Rückschluss für mögliche Investments oder Trades geben können, lassen, für unsere Zwecke. Darauf wollen wir in den folgenden Minuten einen Blick werfen. Bevor wir offiziell starten, der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und lade sich auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Schau, ob der Handel mit diesem Produkt ausgehend vom Risikoprofil korrespondiert. Falls man das für sich mit Ja beantwortet, hat man die Möglichkeit natürlich auch ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, auch ganz vollständig der Risikohinweis, selbstverständlich auf xtb.com.de. Darum hinausgehend gerne den deutschen Kundensupport von xtb kontaktieren für weitere Fragen, falls diese bestehen sollten. Im Hinblick auf das, was ich jetzt hier präsentiere, das sind meine Gedanken, das ist ein Gameplan, den ich vielleicht skizziere, das sind Ideen. Das gilt ganz besonders für diejenigen, welchen, die das eventuell als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist keine Anlageempfehlung, ganz im Gegenteil. Es handelt sich um rein edukativen, informativen Content, den ihr gerne für eure Zwecke nutzen könnt, aber wo ihr dann eigenverantwortlich euch entsprechend an den Märkten positioniert. XTB hinter diesen Webinaren, CFD-Broker des Jahres 2023, die Gründe, die dafür geführt haben, hier in der Mitte und diese Gründe, die könnten auch eventuell dazu führen, dass der beste Online-Broker 2023 im Broker-Vergleich dann an XTB geht, in Bezug auf, wenn euch das gefällt, wenn diese Einschätzung teilt, gerne hier einmal den QR-Code scannen oder auf der Webseite vorbeischauen. Der Broker-Vergleich verlost sehr, sehr attraktive Preise, vielleicht so als kleines Schmankerl. Ein Grund, der dazu führen könnte, dass XTB auch hier den ersten Platz macht, ist sicherlich die X-Station, die wir jetzt an dieser Stelle hier ansteuern wollen und wo wir uns einen Blick gönnen wollen. Ganz kurzer Blick einmal hier auf den 5-Minuten-DAX. Da kommen wir gerade in die Kasse rein, zu diesem Zeitpunkt, als ich die Aufzeichnung hier mache. Mal schauen, in welche Richtung es geht. Also bis jetzt ist das Verhalten, die Reaktion. Summa summarum Bullish, also Verhalten mit bullischer Tendenz auf die Inflationszahlen, die gestern hier veröffentlicht worden sind, um 14.30 Uhr. Wir haben nicht sofort einen Schuss auf der Oberseite gesehen, sondern kam erstmal leicht rein und sind dann in Richtung der Hochs mit der Kasseeröffnung der Wall Street gelaufen und mit der US-Eröffnung eben long gegangen auf der Oberseite. Das Momentum, das hat sich dann früher oder später erschöpft, aber wir haben immer noch einen sehr, sehr soliden Tagesschluss zu sehen bekommen. Und im übertragenen Sinne verharren wir so ein bisschen im Bereich um diese Hochs. Also da finden wir einen Support, 16.100 Punkte auch ungefähr damit zusammenfallen. Und jetzt gucken wir einfach, ob wir dieses Niveau halten können, die Hochs halten können auf die Inflationszahlen. Im Falle des DAX ist, falls ja, wäre, auch wenn ich das ein bisschen mittlerweile doch arg überdehnt, anmutend betrachten würde, seit nunmehr eigentlich letzter Woche Freitag, nachdem wir hier die Tiefs ausgebildet hatten um 15.600 Punkte, dann auf die Non-Farm-Payrolls folgend. Seitdem haben wir eine Gegenbewegung eingeleitet hier in der Größenordnung von 600, 700 Punkten ohne substanziellen Rücksetzer. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine nachhaltige Bewegung ist. Also mir gefallen auf jeden Fall die Equities in den USA wesentlich besser. Ganz besonders der Nasdaq, aber auch der S&P mit Ausbrüchen auf neue Jahreshochs. Davon sind wir im Falle des DAX ist weg. Das könnte man natürlich argumentieren, der DAX hat ja auch schon neue Allzeithochs markiert. Okay, fair enough. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, der Modus sieht ein bisschen überdehnt aus. Wenn wir uns die Intraday-Action jetzt anschauen, sieht es nach einer leichten Verschnaufpause aus. Sollten wir die Hochs von gestern rausnehmen um 16.150, wäre nicht auszuschließen, dass wir im DAX auf der Oberseite ein bisschen gefilde um 16.350 ungefähr laufen, 300, 350. Das sind die Ausgangsniveaus der Korrekturbewegung von vergangener Woche. Aber nochmal, eigentlich interessanter, denke ich, sind die US-Märkte. Und hier in dem Fall der S&P vielleicht sogar noch ein bisschen eher, weil wir da ein Kursziel auf der Oberseite haben. welches ich einfach ansteuern könnte. Also was ich damit meine, wenn ich mir den NASDAQ anschaue, dann erkennen wir, das ist ja jetzt auf Minutensicht, wenn wir mal im Daily haben, dann kann man erkennen, dass wir diese Märzhochs hier schon rausgenommen haben. Und da oben, da kann man jetzt diese rot gestrichelte Linie sehen. Das waren hier ehemalige Tiefs, auf die wir aufgesetzt hatten, bevor wir dann mit dem Break tiefer den Bermarkt 22 eingeleitet hatten. Das wäre jetzt ein Bereich, 15.500 Punkte, der, wenn er überwunden würde, weitere Bullishness freisetzte. Und dann auf der Oberseite vielleicht dieses kleine Zwischenhoch hier aus der Mitte Januar, das ist Mitte Januar 2022 ungefähr, Kursregionen aktiviert, zusammenfallend mit der 16.000er-Region, die man vielleicht dann aus psychologischer Sicht angelaufen sieht. Aber rein von der charttechnischen Struktur und in Bezug auf klare Kurslevel, die man anvisieren könnte, auch zwecks Formulierung attraktiver Chance-Risiko-Verhältnisse zum Beispiel, oder beziehungsweise erstmal Kalkulierung von Chance-Risiko-Verhältnissen, um dann zu entscheiden, ob es für einen Trade reicht, denke ich, ist der S&P ein bisschen klarer einfach. Und das wäre die auf der Oberseite anzufisierende Region, die mir realistisch angesteuert werden könnte. Das ist Bereich ungefähr 4.600 Punkte, Pi mal Daumen. Wie gesagt, das sind ungefähr die März am 22. hochs, darüber kommen dann die Allzeithochs als nächstes Ziel. Und scheint realistisch anlaufbar, vor dem Hintergrund des niedrigen Volatilitätsindex-Wigs einfach, den wir weiter vorfinden. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, mit dem Breakout und dem jetzt Halten, oberhalb der Niveaus von gestern, den Inflations-Hier, da kann man sehen, das sind die Ausgangsniveaus gewesen, weitere Bullshit ist mit der Markteröffnung, kurzer Pull-In dann, aber deutliches Halten um 4.500 Punkte. Wenn wir jetzt in der Lage sind, diese 4.520 auf der Oberseite rauszunehmen, ist nicht auszuschließen, dass wir in den Wochenschluss, beziehungsweise in die kommende Woche hinein, vielleicht auch getragen durch starke Earnings, rund um die Financials, morgen gibt es eine JP Morgan, ich gehe gerade zu sehen, nicht in den Wirtschafts-Tagen-Kalender, sondern in den Earnings-Kalender. Da haben wir eine City, da haben wir eine Wells Fargo, da haben wir eine JP Morgan ganz besonders. Das könnten mögliche Trigger sein, für weitere Bullishness, die natürlich nicht im Tech-Bereich durchschlagen, sondern dann im breiten S&P. Unterm Strich bleibt auf jeden Fall, Long ist im derzeitigen Umfeld nach gestern zu favorisieren, auf die Inflationszahlen, ganz kurz hier nochmal zur Erinnerung, gestern kann man sich das hier anschauen, Verbraucherpreisindex, Year-on-Year, 3% veröffentlicht, 3,1% erwartet, nach 4% im Vormonat, besonders vielleicht die Kerninflation relevant, 4,8% gegen 5% erwartet, also auch unter der 5%-Schwelle, und deutlich jetzt unterhalb des aktuellen Leitzinsniveaus, also auch aus der Warte gibt es wenig Gründe davon auszugehen, dass die US-Notenbank weiter an der Zinsschraube drehen wird, selbst wenn es jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit, das zeige ich auch mal ganz kurz hier vielleicht, im FedWatch-Tool, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% für nächste Woche, Moment, übernächste Woche Mittwoch ist es in zwei Wochen, übernächste Woche Mittwoch ist die Fed-Leitzinsentscheidung, 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass nochmal 25 Basispunkte obendrauf gesetzt werden, aber vielleicht ist auch aktuell ganz besonders beim Blick auf Gold wiederum, vielleicht ist das aktuell vielleicht schon ein Antizipieren, ein Vorwegnehmen, dass wir keine weiteren geldpolitischen restriktiven Schritte zu sehen bekommen, sondern die Fed vielleicht sogar überrascht und sagt, nein, Zinsanhebung gibt es nicht, weil die Inflation kühlt sich weiter deutlich ab und wir haben keinen Grund, hier jetzt das Risiko zu gehen, mit weiteren Zinsschritten, Zinsanhebungen, die Wirtschaft abzuwürgen. Und das, wie gesagt, ist dann etwas, was für Gold eben offensichtlich jetzt beginnt, hier burlisch herauszukristallisieren. Wir hatten einen burlischen Case für Gold schon skizziert gehabt. Mit dem Break wollten wir warten, also wir wollten uns nicht long positionieren vor Rückerung der 1940. Ich möchte fast sagen, an der Stelle, hoffentlich hat man den Break long getradet, denn jetzt ist es so, dass wir uns ein bisschen über den Anmuten präsentieren. Gestern schöner Break auf neue Tageshochs, initiiert durch die Inflationszahlen und dann auch deutliches Halten oberhalb dieses Ausbruchniveaus mit einem Follow-Through, Schluss im Bereich der Tageshochs, konsolidieren jetzt oberhalb von 1950. Also hier fügt sich alles zu einem weiteren bullischen Verlauf, folgend auf die Inflationszahlen aus den USA, dass wir einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens des Marktes antizipieren, vorwegnehmen jetzt bereits. Vielleicht ist sogar eine geldpolitische Überraschung gegeben Ende des Monats, also das heißt in anderthalb Wochen, am 26. Juli mit der nächsten FED-Leitzinsentscheidung, wo dann keine Zinsanhebung, trotz Erwartung des Marktes und mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass sie kommt, kommuniziert wird. Das könnte dann die Initialzündung vielleicht sogar sein, über die 2.000 Dollar Marke zurück. Das, was wir jetzt hier derzeit zu sehen bekommen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Reaktion und spricht für Gold, dafür weitere Aufschläge zu sehen und eventuell die nächste Welle, die nächste Attacke aufs Allzeithoch einzuleiten. Zielbereich dann 2080, nicht unbedingt jetzt, wie gesagt, heute, morgen, auch nicht in den kommenden Wochen, aber in der zweiten Jahreshälfte scheint das ein durchaus realistisches Szenario zu sein, desto eher sich herauskristallisiert, dass die FED mit ihrem Zinsanhebungszyklus nicht nur am Ende angekommen ist, sondern vielleicht sogar Zinssenkungen dann über das Jahr 2024 in Aussicht stellt. Das ist es meinerseits gewesen. Happy Trading! Passt auf die Stopps auf, habt euch wohl, macht's gut, bis morgen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.